So, den steilen und schneereichen Teil habe ich jetzt hinter mir. Ich befinde mich an der Bergstation des Gandek-Lifts. Jetzt wird es ein bisschen flacher, der Schnee wird langsam weniger bzw. hat ganz auf und ich darf auf dem schwarzen, fast schwarzen Wätscher zum trockenen Steg fahren bzw. zur Gandek-Hütte. Und ab da mal schauen, was mein Pfeifen so macht, entweder mit der Bahn runter oder natürlich per Bike, was mir lieber wäre. So, ab jetzt sollte es eigentlich wieder ganz gut weiter gehen.